das witzige ist dass der von mir abhaut der hund echt schlechte wachhunde hat sogar gereicht was macht der denn? so wieso nicht? oh 100 gold ja jetzt mal hier in die tode guckt das 100 gold bekommen okay da ist nix warte mal einmal nein das war so klar ich hab's geahnt ich hab's geahnt dass ich die jetzt gegen auf den kopf krieg warum ist die wieder da? die sind sonst nicht spawnt ist die noch platt ach da sieht sie ähnlich komm ich nicht Mistvieh oh dart file ein dart file haben wir bekommen ich will hier hier runter so moment wie soll ich denn jetzt wo soll ich denn hin hä hier runter ne kann ich nicht oder will ich doch hier lang ah ja tatsächlich so jetzt könnte ich die heilplattform nochmal gebrauchen hui ich hab schon grad gedacht ich fall vom rand oder mal gut gegangen so speichern wir auch wieder irgendwie cool ich hab heute mit dem oddworld ähm let's play angefangen das ist das coole dass du einfach speichern kannst wenn du das willst jederzeit das ist echt ein luxus den genieße ich wenn ich sowas kann flint hat den schluss benutzt flint hat den schluss benutzt flint hat den schluss benutzt so äh warum komm ich denn hier raus äh ah was soll denn das warum rennst du denn auch weiter da junge 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 komm her komm her doch hier sind dornen oh da war noch heilung ein trank das ist doch nett das ist doch nett oah ey ich hab doch losgelassen oah man jetzt kriegt so viel die goldmünze verloren ja toll und da siehst du richtig schön noch in das bild hüpfen ich bin jetzt weg richtig gemein richtig gemein richtig gemein sowas ja der bleibt eh auf abstand ne der brauche ich gar nicht aufzuladen der kommt nicht näher jetzt bin ich hier wieder jetzt bin ich hier wieder jetzt soll ich hätte auf den drauf springen können auf den block ich habe sogar auch gemusst ich habe sogar auch gemusst naja naja ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr blö so nicht so klappt das nicht ich guck mal dass manche respawnen und manche nicht nicht so 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 das habe ich nicht gemacht das hätte ich machen sollen auch okay das ist die tür wo die frage ist wie kriege ich feuer da ich glaube das hätte ich so ein ah ne da okay so eine sache wenn du das spiel einmal durch hast dann kannst du nochmal hingehen oder irgendwie sowas dass dass wenn man zurück muss sowas mag ich ja gar nicht jetzt machen wir aber hier richtig Flint boom und hat King was schönes und Schlüssel einen Schlüssel wo war ne wirst du jetzt keine tür oder wo wir vorgestanden haben wo der Schlüssel gefehlt hat na das war dumm jetzt hier nach oben ne so ne gelbe Kugel wäre nochmal cool naja 50 Gold nehme ich natürlich auch hier brauchen wir die Schlüssel was hier kommt keine Kugel runter ah ok oh das war aber knapp nein was machst du denn alter aaaay Krise bei sowas so nochmal ein bisschen Kohle geholt wenn ich das schon hier extra neu machen muss ah das sind mal zwei eine da und eine da hopp jetzt hier lang ne was ist das denn ja ja geh doch da rauf Junge plötzlich die Leiter an jetzt geh hier du hier rüber da rüber nicht dran vorbei ok so ah ich glaube dann das ist irgendwie so wenn man was drauf schiebt dann fällt das runter dann ne dann gehen wir erstmal drauf und gucken was passiert hm äh das wollte ich nicht ach nicht genau ich musste an der weißen Linie hier rennen an der weißen Linie dann rutschen das nicht so oh Zeitrittinger ich hasse Zeitspiele da kriege ich die Krise bei sowas bin ich absolut kein Fan von nein ok das war definitiv nicht rutschen das war springen ok jetzt ist die Zeit aber eh zu knapp dann warten wir kann auch einen Schluck trinken ding 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 ok lauf Flint lauf so geschafft sehr gut sehr gut nein nein so angekommen sind wir ja dann jagen wir mal was in die Luft naja ich muss hier springen ne getroffen boah jetzt ist die große Frage muss ich danach machen achso ich komme jetzt einfach so wahrscheinlich da rauf hoffe ich nochmal sonst einfach schnell rauf kein Risiko eingehen ging noch mit dem Zeiträtsel komm ja Heilung hier ist ja auch Truhe und ein Trank habe ich jetzt auch schon bisschen was von ne Objekte drei Tränke ja acht Dartpfeile zwei Puzzleteile die handgeschnitte Kuh und den Schutzhandschuh so da war aber noch einer bling du musst schon näher reinkommen sonst trist du mich nicht ungefähr so da kommt irgendwas runter was ach ok du wirst du wirst da reinfallen was egal ob er ist drinnen so war das so was wir jetzt machen wow sieht nicht gut aus 200 Gold Zeit hat wenn wir wieder zum Händler kommen die ganze Kohle ausgeben können ok da fällt einfach nur die Dinger runter hier nochmal irgendwo eine Truhe erstmal so nicht ok kam wohl hier die Kugel runter also nur auf zwei Seiten offenbar das ist doch gut dass man die Kamera drehen kann sonst hätte ich hier echt ein Problem so boah ich dachte gerade die Kugel wäre auf der Höhe hier also den ähm Zwischenraum oh das war so klar im ersten durch konnte das natürlich nicht gehen der Junge 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 was tust du ich muss einfach wirklich den Anlauf haben zack oh zu früh gesprungen das war aber jetzt genau an der Kante als ob da fehlt hier der Anlauf ja das wird's gewesen sein nein ich hab's schon gesehen da und dann ich bin da woher das ist ja nach der Kette links rechts drehen der Kamera Ich mach das nicht absichtlich Ich will einfach Geh das nicht auf die Kette Alter, links, einfach nur links Einfach nur links Ich will mal nach rechts Moment, ich muss ja jetzt endlich hier drauf direkt Geht ja gar nicht mal weiter nach oben Das war's ja schon Ah, die, 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 die Dingens da Das, ähm, die Der Rand, den wir da sehen, da erinnere ich mich dran Ich glaube, das war ein bisschen Gemein, aber Machbar, und das ist auf dem, ähm, hinten Auf der, ähm, CD-Hülle drauf Das, was da kommt Hier erinnere mich Hä, ich dachte, jetzt würde irgendwas Wenn das grün leuchtet Und ich da drin bin Oder das rot Okay, das ist anscheinend nicht so der Fall Aber wir können erstmal speichern Das ist doch schon mal was Dass wir schon mal speichern können Platz 1 Panzer 1 Ja, möchte ich überschreiben Was hab ich da jetzt gespielt? 3 Stunden 50 Spielzeit haben wir Ist immer schön, wenn man das so sehen kann dann Direkt Ich meine, ich kann es immer anhand meiner Parts Errechnen Obwohl es immer relativ ungenau ist Weil ich immer pro Part ja 20 Minuten mache Plus, minus, ne Sind auch mal nur 18 Minuten Irgendwas muss doch hier noch mit Mit sein Hm, getroffen hab ich Aber das war's nicht Ach, guck mal Wer ist denn da? Wer steht denn da ratlos rum? Wer ist denn da? Bis zum nächsten Mal.